Coutinho eingesetzt von Sterling, 3-0. Wieder das Zusammenspiel, initiiert von der linken Seite. Diesmal war es Coutinho, er hat es mehrfach angedeutet, vor allem in den ersten 20, 25 Minuten. Wartet ab von hinten, sucht sich dann die Lücke und in diesem Fall nutzt er sie auch. Coutinho, 3-0 für Liverpool. Liverpool, frühes Gegentor nach dem Seitenwechsel. 49. Spielminute, also die vierte Minute nach der Pause und Sturridge war es zum 1-0 in der zehnten Spielminute. Die frühen Gegentore immer nach Beginn bzw. nach Wiederbeginn sicherlich eine Angelegenheit zu überdenken ist und vielleicht auch damit zusammenhängt, dass gewechselt wurde. Verunsichert jetzt. Fehlt was von Ginter. Ginter.